Am Sonntag geht es drum. Der Wahlkampf geht seinem Ende entgegen und wir haben alles mobilisiert. Hohe Wahlbeteiligung heißt zwei Dinge. Anke Rehlinger als Ministerpräsidentin des Saarlandes und die AfD kriegt die rote Karte und kommt nicht in den Landtag. Am Sonntag wählen gehen, das ist das Wichtigste. Demokratisch wählen und wenn es geht sozialdemokratisch wählen, dann geht es voran in unserem Land. Die AfD ist keine Alternative für Deutschland, sie ist eine Schande für Deutschland und gehört auch nicht in den saarländischen Landtag.